also wir machen mit unserer unterhaltung weiter wir haben meditiert und ein kleines wunder herbeigeführt die alle anderen haben jetzt kein internet und wir machen weiter mit diesem prinzip und wir machen weiter mit diesem prinzip und wir machen weiter mit diesem prinzip а можно еще одно слово у нас просто даже еще один участник добавился он с нами уже давно он как будто чувствовал что ты сейчас что ты сейчас подключусь и вот буквально в одну и ту же секунду его не отлично если может быть у вас какие-то вопросы накопились то вы меня можете спросить haben wir fragen vielleicht noch von den letzten einheiten die ihr jetzt fragen möchtet но пока вопросов у них был вопрос как мы с тобой познакомились и почему и когда мы этот курс организовали я вот им как вступление рассказывал все вот эту предысторию нашу и уже как-то потом мы перешли к ведическим принципам давайте мы продолжим с вами общаться о ведических принципах и давайте осознаем с вами что когда мы говорим о предназначении и мы должны erkennen когда мы говорим о предназначении независимость от того осознает себя человек или не осознает у каждого из нас все равно есть свое предназначение об самоизоля чем рано россии или что он не горит он не огонь за которые нужно свое ради сбор Habermин заслали и сладкий то он не сладкий и субед и не сладкий Und jede Seele, jeder von uns hat hier seine individuelle Aufgabe, die er in dieser Reinkarnation durchmachen muss, damit die Seele weiterentwickeln kann. Und wir haben dann Dinge, die wir körperlich machen müssen, mit unseren Händen, praktisch hinausgehen, arbeiten, etwas schaffen. Es gibt aber auch Tätigkeiten und Handlungen, die wir auf der spirituellen Ebene ausführen müssen. Wir haben zwei Augen, zwei Arme, zwei Beine. Genau so haben wir auf der einen Seite das Materielle, auf der anderen Seite das Spirituelle. Und wenn wir uns auf der Ebene des Menschen bewegen oder auf der Ebene des Menschen leben, können wir in erster Linie praktisch unserer materiellen Bestimmung nachgehen? Und auch wenn wir auf der materiellen Ebene ein Haus bauen möchten, ist es besser, davor einen Plan zu haben, sich alles durchzudenken, Schritt für Schritt. Also praktisch diese geistige, spirituelle Ebene abzuarbeiten, abzuschließen und erst dann zum Materiellen überzugehen. Wenn mit dem Haus alles klar ist, dann ist es ein Projekt und wir bauen ihn. Dann ist mit dem Haus, unser Plan, unser Plan ist auf einer mehr dunklen Umwelten. Das Haus ist ja alles ganz einfach. Also wir haben den Wunsch, ein Haus zu bauen oder die Absicht und wir können einen Plan bilden dafür oder jemand macht das für uns. Aber auf der Ebene der Seele praktisch, auf der spirituellen Ebene, sieht es ja ein bisschen anders aus. Und um diesen Plan lesen zu können, um diese Informationen erkennen zu können, benötigt es einen meditativen Zustand. Und auf dieser Ebene oder in der Meditation haben wir auch immer die Entscheidung, ob wir eher auf das Materielle hören, auf unseren Verstand und unser Ego und den wir gehen oder wir hören praktisch auf unsere Seele und folgen dem Ruf unserer Seele. Also wenn wir die Praktiken machen, öffnen wir uns innere spirituelle Quelle. Und dabei nehmen wir die äußere Welt so wahr, als ein Teil Gottes, was die äußere Welt auch ist. Aber alle Situationen, denen wir begegnen, so im Leben, sind auch Zeichen oder Signale für uns, Signale auch darüber, was sich in unserem Inneren befindet. Das Innere ist immer gleich dem Äußeren. Zum Beispiel hat ein Mensch die Bestimmung, Künstler zu werden. Aber weil wir uns alle in einem Spiel befinden, dieses Spiel wird auch Lila genannt, haben wir die Möglichkeit, auch Selbstentscheidungen zu treffen. Zum Beispiel haben wir ja die Variante, Rechtsanwalt zu werden und großes Geld zu verdienen. Und das sagt ihm auch sein logischer Verstand. Er könnte das quasi machen. Und seine Seele zieht ihn aber mehr zum Malen hin, zur Kunst, zur Natur. Und der Mensch wirft dann praktisch seine Träume weg, praktisch vom Künstlersein, entscheidet sich Rechtsanwalt zu werden, weil er da viel mehr Geld verdienen kann. Das ist so, dass jedem von uns gewisse Talente, Gaben mitgegeben wird und eine gewisse Energie mitgegeben wird. Dabei sind wir auch ein Teil einer größeren Komposition. Wenn wir das Schachspiel nehmen, das Pferd kann nur einen gewissen Zug setzen. Das Pferd kann ja nicht alle möglichen Züge durchführen. Es ist nur so, wie es nach den Regeln bestimmt ist. Wenn der Mensch nicht den Weg seiner Bestimmung geht, Entsteht dann im Inneren ein Gefühl von Traurigkeit oder Einsamkeit oder irgendwie, dass ihr nicht gebraucht wird. Dabei kommt es so, dass die ganzheitliche Energie, die Züge Energie, die bei uns praktisch in den Kopf hineinströmt, aufgeteilt wird in die einzelnen Bestandteile, in den Züge und den Wachbestandteilen. Und so entsteht in unserem Inneren der aktive negative Teil und der passive negative Teil der einzelnen Energien. Und dann kann es so kommen, dass das passive negative praktisch ins Unterbewusstsein fließt oder wiederum das aktive, negativ ins Unterbewusstsein fließt und die andere Hälfte, der andere Bestandteil, der bleibt immer im Bewusstsein. Zum Beispiel ein Kind wuchs auf und der wurde irgendwie beleidigt oder verletzt oder geschlagen. Im Bewusstsein bleibt ihr wahrscheinlich dann irgendwie schwach, verletzlich, nachgiebig. Und der andere Teil, dieser aggressive Teil, der fließt praktisch ins Unterbewusstsein hinein und hat dann praktisch auch viel zu sagen aus seinem Inneren. Oder es kann dann anders sein, dass dieser aggressive Teil im Bewusstsein bleibt und er geht dann praktisch zum Boxen, zum Kampfsport, trainiert, beweist allen, dass er stark ist und hat den Drang, allen zu beweisen. Er strahlt Stärke nach außen aus, aber dieser andere Teil, dieses schwache, verletzte Teil, der fließt irgendwo ins Innere seiner Seele und tief in seiner Seele ist er doch noch klein und verletzlich. Aber wenn er ein Ausflug der Energie entsteht, dann wird er oder jemand anderes. Und wenn er dann praktisch durch diese zerfallene Energie kontrolliert wird und diesen Weg geht und Boxer wird oder noch jemand wird, dann ist es quasi nicht mehr seine richtige und ursprüngliche Bestimmung. Das ist dann wieder die Entscheidung seines Egos, seines Verstandes und wie auch nicht das Glück bringen. Und wenn so jemand dann praktisch nicht den Weg seiner Bestimmung geht, den Weg der Seele praktisch auch ablehnt, bekommt er Krisensituationen oder ernsthafte Schwierigkeiten nach und nach. Und diese Krisen können auch sehr einschlägig sein, dass praktisch der eigene Business zugrunde geht, oder es kommt zu einer Scheidung oder sonstige Schwierigkeiten. Und diese Krise möchte den Menschen eigentlich zurückbringen auf seinen richtigen Weg, auf den Weg seiner Bestimmung. Deshalb sind alle chronischen Krankheiten, alle Schwierigkeiten, die mit dem Finanziellen zu tun haben, Beziehungsschwierigkeiten, zeigen uns das, was wir noch nicht gänzlich verstehen. Und wenn wir das praktisch an uns vorbeigehen lassen und nicht darauf achten, entstehen bei uns negative Gedanken, die negativen Gedanken lösen negative Emotionen aus, und dann entsteht als Resultat eine Krankheit im Körper. Und der Mensch verlässt dann womöglich sogar diese Welt. Deshalb müssen wir verstehen, dass jede Schwierigkeit, jede Problemsituation, der der Mensch in diesem Leben begegnet, die existiert auch tief irgendwo in seiner inneren Welt als Ursprung, als Kern dieses Problems. Zum Beispiel die, dessen Bestimmung, es war Künstler zu werden, der dann aber doch Rechtsanwalt wird? Ein Künstler ist praktisch ein offener Mensch, ein freier Mensch. Er kann es sich erlauben, irgendwie ohne Rahmen zu leben, ohne gewisse Verhaltensformen oder Muster zu leben. Der Rechtsanwalt muss sich aber innerhalb eines vorgegebenen Rahmens bewegen, der Rahmen, der durch gewisse Prinzipien, die mit seinem Beruf zu tun haben, bestimmt wird, durch die Gesetzgebung auch bestimmt wird. So hat ein Rechtsanwalt oder diese Künstler als Rechtsanwalt nicht den nötigen Selbstausdruck, nicht die nötige Kreativität und Freiheit praktisch so zu leben. Dementsprechend entstehen bei so einem Menschen dann Blockaden, Verspannungen im Hals, im Kielkochbereich. Diese Blockade ist mit der Chara-Mündung oder mit dem Halschakra verbunden. Und dann kann es auch sein, dass man bei ihm eine Entzündung der Schilddrüse macht. Und dann sagt man, jetzt ist er ein bisschen пропalte, ich habe nicht alles, ich habe nicht alles, ich habe nicht alles, ich habe nicht alles, ich habe nicht alles. Er kann dann zum Beispiel Jod trinken, andere Präparate, aber die Schilddrüse leidet trotzdem weiter. Weil die Ursache auf den feinstofflichen Trägern ist, auf den feinstofflichen Hüllen. Und dann kann es sein, dass der Mensch auch stirbt, weil er nicht seiner Bestimmung nachgeht, weil er die falschen Dinge zur falschen Zeit am falschen Ort ausführt. Dementsprechend alles, was auch dieser Mensch erreicht in seinem Leben, was aber nicht im Rahmen seiner Selbstbestimmung ist, geht ihm nicht zum Wohl oder ist er ihm von keinem Nutzen. Zum Beispiel dieser Künstler, der dann Rechtsanwalt wird, nur um viel Geld verdienen zu können. Indem er gegen seine eigene Seele geht, verdient er eine große Summe von Geld. Например, er kauft sich zum Beispiel ein Haus. Er hatte aber mit seiner Frau zum Beispiel eine schwere Beziehung und als sie dann ins Haus ziehen, lassen sich die beiden scheinen, müssen das Haus dann untereinander aufteilen. Oder das Haus brennt zufällig auch. Deshalb müsst ihr verstehen, es existieren keine Situationen, keine Ereignisse in eurer Welt und um euch herum, die nicht auf irgendeine Art und Weise mit eurem Inneren verbunden wären. Entsprechend kann der Mensch ja unterschiedlich auf diese Situationen reagieren. Er kann auf der Ebene des Körpers reagieren. Es entsteht irgendwie eine Krankheit, er geht zum Chirurgen und schneidet sich das raus. Und dann wächst es wieder von neuem. Ну, может быть, человек начнет практиковать какую-то практику. Oder er beginnt, irgendwas zu praktizieren. Ну, например, заниматься Цигун. Zum Beispiel Цигун. Das ist schon viel besser. Wenn er sich aber nicht mit der Ursache auseinandersetzt, warum diese Schwierigkeiten entstehen, werden die Schwierigkeiten trotzdem wiederkommen. Und dann beginnt er vielleicht, gewisse Trainings oder Coachings zu besuchen, Aufstellungen und so weiter. Um aber ganz gesund zu werden, muss er trotzdem auf seinen optimalen Weg zurückkehren, auf den Weg seiner Bestimmung. Und wenn wir uns auf dem Weg unserer Bestimmung bewegen, bekommen wir das Ardha, also den Reichtum. Aber wir müssen nicht den Reichtum so verstehen, dass man uns wirklich viel Geld gegeben hat. Unser Reichtum kann sich durch die Gesundheit verwirklichen. Oder dadurch, dass wir eine gute, gesunde Beziehung haben. Dass wir gute Kinder haben. Ja, dass wir dann tatsächlich die Finanzen haben, uns ein Haus zu kaufen und dort zu lieben, wo wir lieben möchten. Und der Reichtum verwirklicht sich so, dass wir viele Verwandte haben, zu denen wir auch eine gute Beziehung haben, viele Freunde haben und praktisch auch gesellschaftlich gut dastehen. Und derjenige hat auch sehr viel schöpferische Kraft, sehr viel Selbstverwirklichung in diesem Leben. So, wenn wir praktisch den Weg unserer Bestimmung gehen und dieses Reichtum erreichen, haben wir Reichtum auf jedem Chakra, weil jedes Chakra einen anderen Lebensaspekt von uns symbolisiert. Und so erhalten wir so eine innere Ganzheitlichkeit, die uns zu Liebensfreude führt, zu so einem ja sinnlichen Vergnügen, wenn wir den Sonnenaufgang betrachten und uns darüber freuen können. Oder wenn ein Kind lacht, dass wir uns darüber freuen. Wir beginnen dann, die Schönheit dieser Welt zu sehen und davon Freude zu empfinden. Und dank dessen, dass wir praktisch diese Lebensfreude haben und unserer Bestimmung nachgehen, bekommen wir quasi die Möglichkeit, in die Befreiung zu gehen. Das ist die Befreiung, oder in Sanskrit Moksha, das kann sich auf verschiedenen Ebenen auf verschiedenen Ebenen manifestieren. Das ist der einfachste Ebene, wenn ihr das, was ihr möchtet, und während ihr in der Freude leben könnt, in der Glück, in der Glück, in der Glück, in der Glück und in der Glück. Die einfachste Verwirklichung dessen ist es, dass sie machen können, das, was ihr wollt, und praktisch trotzdem Lebensfreude, Glück und Wohlstand empfindet. Zum Beispiel muss einer in die Arbeit gehen, jeden Tag, die er machen muss, und nicht die Arbeit, die er sich vielleicht ausgesucht hat oder die er sich eigentlich wünscht. Ein größer уровень Freiheit ist, wenn wir uns von Dualität befreien. Wenn wir praktisch und die Welt als ein ganzes wahrnehmen. Und wenn wir uns so praktisch auf diese Welt einstellen, in Harmonie mit dieser Welt gehen, beginnt uns diese Welt auch mehr zurückzugeben. Und dieser Zustand der Ganzheitlichkeit und des Glücks, das lässt noch mehr Freiheit entstehen. Wir müssen dann nicht mehr auf der Erde reinkarnieren, sondern können in höheren Welten reinkarnieren. Oder gar nicht reinkarnieren, sondern in ewiger Glück, in ewiger Glückseligkeit, irgendwo verbleiben in höheren Welten. Manche Menschen denken, dass irgendwie Kriege, Schwierigkeiten, Krisen auf der Erde früh oder später mal aufhören können. Und das wird auf der Erde immer bleiben. Потому что это является частью, это испытательный полигон, на котором души наши развиваются. Das ist ein Teil des Lebens. Das ist praktisch so etwas wie eine Versuchsbasis, wo unsere Seelen sich weiterentwickeln können. Und wenn die Menschen nicht wissen, wo sie nach diesem Glück suchen müssen, wenn sie mit ihrer Seele nicht lernen, eine Einheit zu bilden und dort das Glück zu finden, bleiben sie für immer unglücklich. Wir machen eine Praktik zusammen. Was möchtet ihr? Vielleicht habt ihr irgendwie einen Wunsch oder Einliegen oder eine Frage oder eine Situation, mit der ihr gerade arbeiten möchtet. Irgendein Thema vielleicht, welches euch interessiert. Ja, Eugen, hallo. Kannst du mich verstehen? Ja, ich höre dich. Ja, ich bin einem Thema interessiert, wie man seine eigene Körperenergie steigern kann. Es gibt ja Kundalini-Energie, die man erwecken kann und aber so leichte Tipps für den Alltag, wie man ein bisschen mehr gespürt für den Körper und dadurch auch vielleicht eine Praktik, wie man die Energie, ich sage mal, nicht sofort, aber im Alltag mal steigern kann in bestimmten Situationen. Und wie man – dasst, wie man dasst, wie man – dass sie eine energetische potenzial ist, wie man die Energie 활용st, wie man – dasst, die Energie und die Energie In unserer Tradition wird es sehr einfach gemacht. Jeder von uns hat den Angeborenen Kanal der Lebensenergie, den Jiva-Kanal. Und es wird die Initiation durchgeführt, also quasi so eine Einstellung, ein Ritual. Dank dessen der Mensch dann mehr Energie durch sich hindurchleiten kann. Also davor hatte derjenige, ein Ritual. Wir haben einen kleineren Kanal und nach der Initiation wird dieser Kanal größer. Im Weiteren lernen wir dann Praktiken, die uns helfen, unser Bewusstsein steuern zu können. Und hier gibt es praktische Gleichheitszeichen. Wenn wir über gewisse Energien verfügen, können wir einen gewissen Zustand erreichen. Wiederum, wenn wir einen gewissen Zustand haben, haben wir auch ein gewisses Energiepotenzial. Und das Jiva-System ist so aufgebaut, dass wir Chakra für Chakra abarbeiten und uns dabei von unten langsam nach oben bewegen. Und wenn der Schüler oder der Teilnehmer praktisch dann beginnt regelmäßig zu praktizieren, fühlt er sich jeden Tag energetisch, frisch, munter und kräftig. Weil jede Müdigkeit ist quasi ein fehlender Energie, ein Mangel von Energie. Dann machen wir die Praktik, das abfüllen mit Energie. Seht ihr euch bitte so hin, dass ihr einen geraden Rücken habt. Entspannt die Gesichtsmuskeln. Möschzeln. Möschzeln. Entspannt die Arme. Möschzeln. Möschzeln. Entspannt den Körper. Möschzeln. Möschzeln. Die Beine. Dыхание спокойное, rовное. Die Atmung ist langsam und ruhig. Wdach, выдach. Ein, aus. Und erlaubt es euch jetzt folgendes vorzustellen und folgendes zu sehen. Wie aus euren Fußsohlen golden-weißen Wurzeln spritzen. Und diese Wurzeln spritzen ganz sanft und langsam runter zum Herz. Und diese Wurzeln spritzen ganz sanft und langsam runter zum Herz. Und stellt euch jetzt vor, dass aus dem Erdmittelpunkt ganz langsam Energie hoch zu fließen beginnt. Und so Perlenfarben, die aber wie eine Perle alle anderen Farbaspekte mit sich bringt. Und dieser Energiestrom dreht sich im Uhrzeig gesehen und beginnt eure Wurzeln zu nähren. Und dieser Strom wird breiter und breiter. Und wir befinden uns in diesem Perlenfarbenen Energiestrom. Der im Uhrzeigersinn kreist und gleichzeitig den ganzen Körper durchströmt. Er durchspült auch und jetzt unsere Waden. Er durchspült die Oberschenkel. Er durchspült die Oberschenkel. Er durchspült den Oberkörper, die Schultern. Und wir erlauben es unserem Bewusstsein, sich nach oben zu bewegen. zusammen mit dem Strom gehen wir höher und höher und noch höher gehen hoch in den mehrdimensionalen Raum und gehen noch höher auf die Ebene des Geistes so weit hoch so weit nach oben, wie wir es erreichen können und wir bewegen uns in den grenzenlosen Ozean des Lichts wenn Tröpfchen das zum Ozean zurückkehrt wir zurückkehren wir zurück zur Ebene des Geistes verbinden uns mit den göttlichen Kräften mit dem Geiste des Schöpfers und wir öffnen unser ganzes Wesen diesem Licht entgegen und lösen uns in diesem Ozean des Lichts auf und wir werden so riesig und grenzenlos wie das ganze Universum und wir gehen noch höher in das unverwirklichte Sein und die Lehre, die die Basis aller Dinge ist das große Welchis kann man entgegen und wir beenden uns mit dieser grenzenlosen Leere welches in sich die Idee und den Grundgedanken alles oder allem was in der Schöpfung existiert beinhalten und wir öffnen unser Herz und wenden uns gedanklich an den Allerhöchsten den Einen und gleichzeitig vielfältigen und bitten ihn uns zu segnen klar und deutlich unsere eigene Bestimmung zu sehen die Energie und die Begeisterung zu fühlen stets den eigenen Weg der eigenen Bestimmung zu sehen und vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl von einer Wärme oder so einem zarten Lufthau der von oben kommt oder über euch öffnet sich ein reines weißes Licht fällt und wir fühlen diesen göttlichen Segen Liebe und Annehmen grenzenlose Energie grenzenloses Glück und wir bedanken uns ganz im tiefsten Herzen für diesen Segen und indem wir diesen Segen bekommen haben gehen wir zurück in den grenzenlosen Ozean des Lichts aus diesem Ort und aus dieser Höhe sehen wir vielleicht hunderte, tausende von Linien die aus dem Ozean runter ins Universum strömen Ihr seht gleichzeitig Ihr seht gleichzeitig hunderte und mehr von eigenen früheren Inkarnationen wenn ihr da genau hinblickt seht ihr ob ihr früher ein Mann oder eine Frau war welchen Beruf ihr hattet was ihr sonst für Tätigkeiten ausgeführt habt jetzt konzentrieren wir uns aber ausschließlich auf uns selbst aus dieser kosmischen Höhe blicken wir jetzt auf uns selbst herunter und denken an nichts wir denken an nichts und streben auch nichts an wir erlauben es uns konzentrieren zu lernen wir blicken auf uns herunter und denken an nichts wir erlauben es uns das zu sehen und zu fühlen die wichtigste Sache warum wir hier auf diese Welt gekommen sind ?!? ich ab nicht mit 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 pot mit S Wir sammeln dieses ganze Licht, весь этот bezbräschный океан света und den ganzen gesamten grenzenlosen Ozean des Lichts und wie durch eine große Gießkanne lassen wir es nach unten runterfließen zu uns selbst herunter, Richtung unseren Körper. Und in diesem Strom kommen wir langsam wieder zurück, kommen noch weiter zurück, gehen mit diesem Strom zusammen und dringen wieder in unseren Körper. Dieses goldene-weiße Licht strömt weiterhin auf uns herab, durchspült uns von außen und von innen. Und wir befinden uns wie in einer Dusche aus dieser gold-weißen Energie, die uns vom Inneren und Außen durchspült. Wir erlauben es uns, uns von Angst zu lösen, von Unsicherheit, allen Unbehagen, Unzufriedenheit, Gereiztheit aufzulösen, erlauben es uns, alles Negative loszulassen. alle Gedanken, Emotionen und Gefühle und das goldene-weiße Licht durchspült uns von innen und von außen, indem ihr auch unsere Aktivität, unsere Energie verstärkt, mehr Leichtigkeit und Frische bringt. Und wir haben auch keine Murchse oder keine ungewöhnlichen ощущen. Vielleicht spüren wir dann auch Kribbeln oder so Gänsehaut oder andere ungewöhnliche Gefühle. Und wir fühlen uns jetzt energetischer Muntara mit Kraft gefühlt. Wir fühlen uns hier und jetzt. Ein- und ausatmen, Muskeln anspannen und loslassen, Augen öffnen. Fühlt jetzt auch mit offenen Augen, welche Empfindungen ihr im Körper habt? Ich bin sicher, dass es viel frischer wird. Wenn wir über Müdigkeit sprechen, müssen wir noch folgende Momente verstehen. Wir werden müde, weil wir sehr viel Energie verbrauchen. Das ist unser Gehirn. Das ist unser Gehirn. Der größte Teil der Energie, also bis 25 Prozent, verbraucht unser Gehirn. Wenn wir uns über die Zukunft Sorgen machen oder uns für die Vergangenheit kritisieren, wird unsere Energie verstreut. Sie geht unstrukturiert irgendwo in die Zukunft hin oder unstrukturiert in die Vergangenheit. Stattdem wir im Hier und Jetzt vollkommene Dinge ausführen, wir verspritzen einfach unsere Energie. Nachdem wir uns im Hier und Jetzt befinden, müssen wir auch den Zustand der Akzeptanz erlernen. Und wenn wir über Akzeptanz sprechen, müssen wir verstehen, dass die Welt ein Spiegel ist. Und wenn in eurem Leben etwas entsteht, was euch nicht gefällt oder auf euch irgendwie drückt, Das heißt, dass ihr in eurem Inneren etwas habt, was in dieser Welt wieder gespiegelt wird. So habt ihr einen Schlüssel zu der Außenwelt. Und wenn ihr in dem Zustand im Hier und Jetzt euch befindet, und im Zustand der inneren Ruhe beginnt, auch eure Außenwelt sich zu ändern. Ein praktizierender, auch wenn ihr ganz schnell irgendwelche Dinge ausführt, praktiziert er eine gewisse innere Ruhe. Was bedeutet, sich in seinem Inneren zu befinden? Zum Beispiel, wir sitzen im Auto, das Auto fliegt, wir sind entspannt, das Auto fährt und vielleicht sogar sehr schnell. Es sind ja nicht wir, die laufen und ständig schnell ein Fuß vom anderen setzen. Das Auto fährt uns. Genau so, egal was in unserer Welt auch passiert, wenn wir aus dem Inneren Zentrum unserer Ruhe wirken, verschwenden wir keine Energie. Wir sind in Ruhe oder wir entspannen uns. Es ist schön. So ähnlich, wenn wir dann praktisch im Auto irgendwo hinfahren, so praktisch weit zurückgelehnt und entspannt. Zum anderen kann Energie verloren gehen, wenn wir in unserem Inneren Konflikte haben. Unsere Seele ist eine ganzzeitliche Struktur, besteht aber aus Teilchen. Wir haben eine Faust, die aus Fingern besteht. So besteht auch unsere Seele aus Seele-Teilchen. Wenn wir das sehr vereinfacht darstellen, muss man die Seele wie ein Unternehmen vorstellen. Wo es einen Direktor gibt, es gibt die Vertreter, Abteilungsleiter und die Arbeiter, die etwas ausführen. z.B. wenn das Herz sich zusammenzieht oder wieder aufgeht, das bestimmt ja nicht ihr mit dem Bewusstsein, aber jemand ist dafür zuständig, jemand kontrolliert den Herzschlag. Oder wenn praktisch die Galle zu fließen beginnt, um das Essen zu verdauen oder andere Verdauungssäfte, ihr bestimmt es ja nicht selber, es bestimmt jemand anders aus einer anderen Instanz. Für jeden physiologischen Teil des Körpers ist quasi ein anderes Seelenteilchen verantwortlich. Aber diese Seelenteilchen können auch im Konflikt miteinander stehen. Und während dieses Konflikts verlieren wir Energie. Und wenn wir praktisch zu wenig Energie haben, zu wenig Kraft haben, kann es tatsächlich sehr viele Ursachen sein. Wenn wir aber tatsächlich unserer Bestimmung nachgehen, dann bedeutet, dass wir das auch sehr lange machen können, dann bedeutet, dass wir das auch sehr lange machen können, bzw. endlos und bekommen zusätzlich Freude immer wieder dadurch, weil uns praktisch das jedes Mal mit Freude füllt. Wenn wir dann die Arbeit machen, die uns nicht eigen ist, die nicht unsere Bestimmung ist, werden wir schnell müde, kraftlos und schlecht gelaunt. Deshalb ist es quasi was die Möglichkeit, aber es gibt auch so eine mehrschichtige Frage. Wir изучаем эту работу с частями души. На втором Module, сначала идет первый Modul, где мы изучаем базовые практики живых, а потом на втором Module B мы изучаем работу с этими частями души. Und das Thema siebenteilchen erlernen wir beim Modul B. Beim Modul A erlernen wir zuerst die Basisarbeit, die Basistheorie. Und lernen, uns selbst zu kontrollieren, unsere Energien zu kontrollieren. Хорошо, еще какие-lue вопросы? Okay, noch vielleicht Fragen? Ich war froh euch zu sehen. Ich wünsche euch erfolgreiche Praxis. Помните, что если практиковать, то можно преодолевать даже Трудности. Denkt daran, wenn ihr praktiziert, könnt ihr Schwierigkeiten überwinden durch die Praxis. Я так сижу, что я вижу окно и у меня за окном темно. Только моя улица засветила светом и только у нас есть Internet. Ich sitze hier zu Hause und sehe, dass die anderen Straßen kein Licht haben, das draußen dunkel ist, nur unsere Straße hat hier Licht bekommen. творите свою реальность, also schafft euch die eigene Realität, удачи вам и счастья. Und Glück und Erfolg euch allen. Bis zum nächsten Mal, Ich habe das.